Vielleicht hat er sich das alles ein kleines bisschen anders vorgestellt. Michael Cuisance im vergangenen Sommer von München-Gladbach zum FC Bayern gewechselt. Bislang spielte er beim Rekordmeister aber nicht die ganz große sportliche Rolle. Drei Einsätze in der Bundesliga und ein paar mehr in der U23. Und trotzdem, ein erstes Zwischenfazit ist positiv. Ich glaube, dass man wie jeder junge Mensch, der zu einem der besten Clubs der Welt kommt, immer glücklich ist. Mehr erwartet man auch nicht. Man erwartet nicht, dass man jedes Spiel spielt. Man muss arbeiten, man muss sich anpassen. Jetzt habe ich mich sehr gut eingelebt. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. So, dass es mir jetzt gut geht und ich mich zu Hause fühle. Der junge Franzose zu Hause in Bayern, so wie einige Landsmänner vor ihm. Auf der Suche nach dem großen Karrieresprung beim deutschen Rekordmeister. Ich suche nach Stabilität und deshalb bin ich zu den Bayern gekommen. Es ist ein stabiler Verein. Wenn man seine ganze Karriere bei Bayern machen kann, dann kann man es auch wie Ribéry schaffen. Davon träumt jeder. Michael Coussons ist hartnäckig, will sich bei den Bayern behaupten, durchsetzen, sich selbst weiterentwickeln und sich so eines Tages den Traum der Königsklasse verwirklichen. Ich war noch nie in der Champions League. Ich habe die Musik einfach nur gehört. Ich konnte sie im Fernsehen hören und sie hat mich zum Träumen gebracht. Jetzt kann ich sie im Stadion hören. Ich bin im Team. Ich bin stolz darauf, hier zu sein. Natürlich ist mein nächster großer Schritt, in der Champions League aufzulaufen. Das ist es. Irgendwann wird es von selbst kommen und ich werde bereit sein. Das ist die Hauptsache. Den Schritt von Gladbach nach München bereut er auch nach einem halben Jahr nicht. Daran ändern auch die Einsatzzeiten nichts, von denen er sich beim Transfer sicher mehr versprochen hatte. Ich glaube, alle jungen Leute schauen auf die Bayern. Alle jungen Leute haben ein Bild von Bayern, das, das sie träumen lässt. Seit meiner Kindheit habe ich immer diese großen Träume gehabt. Geht es nach ihm, gehen seine Träume in München in Erfüllung. Der der Champions League und der von Ribérys Erbe. Dabei gibt es wohl mehrere Klubs, die sich sehr für den jungen Franzosen interessieren. Wenn ich lange bleiben kann, dann bleibe ich, solange es geht. Vielleicht hat er sich das bei den Bayern alles ein kleines bisschen anders vorgestellt. Aber Michael Cuisance will sich in München behaupten und muss dabei weiter geduldig bleiben. Denn auch im Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim wird er vermutlich wieder nicht mit von der Partie sein. Ich weiß, dass ich meine Träume wiederhole diesen Stаем schaffe, ich bin ja, ich bin ja, ich gehe deins. Ich weiß, wie ich auch die Räume geholfen möchte, wie auch die Räume im München ist. Und dann sehe ich, wenn ich in München bin,